Was geht Leute und herzlich willkommen hier zu Und wie ihr es hier schon vielleicht im Hintergrund seht Das Team hat eigentlich nur noch zwei Spieler Die wirklich in der Offensive die volle Chemie haben Und beziehungsweise zwei gute Und diese Serie geht mit Philipp Kostic der im Moment richtig auftritt Hier ist er von VfB Stuttgart Vier Sterne Skills Vier Sterne, äh Zwei Sterne Schwacher Fuß Aber vier Sterne Skills sind ein richtig überragender Wert Im rechten Mittelfeld haben wir dann Karim Badarabi Der bleibt auch für die komplette Serie im Team Genauso wie Kostic Und die Serie wird folgendes verlaufen Es geht hier eigentlich Um Tore Oder auch um Gegentore Und zwar wir haben hier auch ein kleines Handicap Der Torhüter, der wird auch die komplette Serie bleiben Weil er eben nicht so gut ist Und man soll jetzt kein Manuel Neuer im Tor haben Der hält einfach jeden Ball, das ist halt ein bisschen langweilig Deshalb haben wir extra hier diesen Itanje im Tor Also das ist extra so ein kleines Handicap Und die hört sich, ich bin immer noch erkältet Und es wird so ein folgendes laufen Pro Tor von Kostic oder Belarabi Das ist komplett egal Kriegen wir fünf Pace Upgrades Wen wir upgraden, ist komplett egal Ähm Nicht fünf Pace Upgrades, sondern zwei Pace Upgrades Wenn wir ein Tor mit normalen Spieler schießen Kriegen wir ein Pace Upgrade Dazu gibt es noch Bonus Und zwar beim Siegbonus gibt es nochmal ein Upgrade insgesamt dazu Und ohne Gegentor Bonus gibt es auch nochmal ein Upgrade dazu Also ich kann es nochmal zusammenfassen Pro Kostic Tor zwei Pace Upgrades Pro Belarabis Tor auch Ohne Gegentore ein normaler Upgrade Sieg nochmal ein Upgrade Und das war es eigentlich auch pro normalen Spieler gibt es da nur ein Upgrade Wenn ein normaler Spieler ein Tor war, gibt es da nur ein Pace Upgrade Und das am Ende soll Die Chemie ist eigentlich recht egal Am Ende ist wichtig, dass Kostic und Belarabi auch von der Chemie sind Und das Team sollte alle so An die 85 Pace Die Innenverteidiger vielleicht so an die 80 Pace rankommen Und das sollte auf jeden Fall also gut werden Also das war heute nur mal das Team In der nächsten Folge kommt dann auch das Gameplay Das war jetzt nur noch hier mal das Team Also jetzt fragen sich bestimmt viele her Warum sind diese und diese Spieler halt da drin Ja, die haben halt einfach gut reingepasst und so Ich wollte auch halt unbedingt nicht nur 3 oder 4 liegen Waren halt einfach 2 Das ist halt das Team Und das sind auch die Regeln Und die werdet ihr nochmal unten in der Beschreibung finden Und ihr sollt auch die Beschreibung abchecken Das ist auch ganz wichtig Und was euch vielleicht auch aufgefallen ist Dass hier wirklich kein Spieler Bis auf Belarabi und Kostic Die haben an die 90 Keiner hat sonst irgendwie weit über 75 Also wer ist der Schlechste soweit? Ich glaube Snyder und Die Ja, der Rest ist alles langsamer Eigentlich, ja Die sind halt alle nicht so schnell Und wie gesagt Torwart Benarabi Und Kostic bleiben für die ganze Serie Robert Hilbert ist übrigens der Schlechste Das war's hier von unserem Team In der nächsten Folge werden wir dann Das Gameplay auch sehen Also haut rein